Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Ah, Rammeln! Dabei ist die Yanni! Hallo Yanni! Ähm, wir spielen Jinx und haben drei Randoms dabei, wovon vielleicht einer AFK ist, was ich nicht hoffe. Die Jenna. Hoffen wir, dass es bloß so ein kleiner Backsplit-Error oder irgendwas ist? So, dann. Mal gucken, was draus wird. Auf jeden Fall haben wir ein fieses Gegnerteam mit, äh, Six, Estrela, eine Tristana ist dabei, ein Heimerdinger und eine Kayle. Und die sind alle super fies und können einem super fies auf den Keks gehen, wie man da sieht, was sie schon machen. Die Tristana geht auf AP. Okay, das freut mich. Estrela geht auf, naja, vielleicht auch auf AP. Können wir schon fast, äh, auf Magieresi bauen. Ach, ein Beschwörer ist zurück im Spiel. Ist ja gut. Na, Tristana, es war klar. Ach, Joa, es trifft halt trotzdem nochmal. Ach, leck mich doch. Auf jeden Fall ist die Jenna wieder da. Das ist schön. Und die Jenna kriegt vorne hat auf, auf den Kopf. So, pass auf, an die Kayle, die müssen wir jetzt erstmal muten, weil das mit dem umgetaunte geht auf den Keks. So, die wollen nervig sein, sind es auch ein bisschen, die Gegner. Aber nur ein bisschen. Na, mach doch. Wie ich einfach keinen Creepkill kriege, weil die immer alle zerplatzen vorher. Na ja, ich meine, das ist gut. Wir haben einen guten Waveclear. Das soll es schon mal nicht, daran soll es schon mal nicht scheitern. Oh je. Ah, Zimila ist auch noch so doof, ey. Und hier unten. Immer nach unten. Ah, der Heimatdinger sitzt natürlich schon weiter oben. Und wie der Ezra immer noch trifft, Mann. Der hat mir auch so derwe auf den Keks. Ah, ich bin Kayle, ich bin doof. So. So, erstmal an die Creepwave, komplett abgeräumt. Juhu. Erst kriege ich keinen, dann kriege ich alle. Läuft. Boah. Okay, komm, Ezra, komm doch mal unter'n Tower. Komm, Ezra, komm doch mal unter'n Tower. Super nervig. Kommt doch noch ein Stückchen rein. Ja, ich dachte jetzt kommt noch mal ne Attacke. Okay. Beste Barrier ever. Ich wäre auch sicher, vielleicht hätten die dann noch mal attackiert. Hättest du das nicht gemacht. Hm. Auch wieder war. Das wird dann interessant, wenn jetzt gleich die Ultis kommen. Kommt ja erstmal so ne S-Ray Ulti quer durch uns durchgeflogen. So zum Beispiel. Und dann kommt noch mal so ne Ulti in daher. Ich versuche alles zu ulten. Ja läuft. Oh. Nein, da hat er sich geschildert. Ah, die blöde. Blöde Kack. Ja gut. Aber alles in allem, wir haben das Fürstblatt gekriegt. Till erreicht, sagst du. Ich habe mein Static zusammen. Auch was. So, ein paar Heiltränke extra. Schuhe hätte ich jetzt gerne. Geht aber nicht. Haben wir nicht. Reicht nicht. Das ist ein Kelch zusammen. Sehr schön. Hm. Das ist ein Kelch zusammen. Hm. 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 Huh. Nicht da rein rennen. Ah, shit. Ja, da war ich jetzt etwas desorientiert. Und nicht koordiniert. Die Tristan ist ja eigentlich mehr viel. Ne, die ist geplatzt. Ja, die ist geplatzt. Na komm. Hau mal einfach mal eine Rakete nach vorne. Guck mal, was passiert. Wie kann denn die da zwischendurch fliegen, meine Güte. Schade. Hat mich jetzt gefreut, wenn es da die Kale zerruppt hätte, weil der... So, pass auf dir. Ja, das ist ein AP Tristaner. Wenn die springt, ist böse. Die sind alle AP, daher... Der ist echt ein bisschen wütend, ne? Ja. Habt ihr ja ihre Sache. Oh, da lauf ich nochmal voll in die Dinger rein. Hm, schade. Rechte nicht. Oh Gott. Holla die Waldfee. Oh nein. Da kam die Barrier noch rechtzeitig. Ah, ein Jedi hier. Schön. Ah, der Effe. So ein... ...auf den Keksgeher. Nein. Boah. Flasht sich erst mal alles auf mich drauf. Von allen habe ich einen Hit abgekriegt. Dankeschön. Blöd. Ähm. Echt, mehr Gold habe ich nicht. Ich mache auch Elfie kaum Schaden. Obwohl... Ja, aber der Tauber, guck mal, der hat ja jetzt dreimal angeschossen. Ach, S-Ray mit deinem dummen Rum hier Flashe. Boah, geht der mir auf den Sack. Ja, natürlich hau ich mich erst mal voll weg. Und dann flashen die sich da überall durch und sind doof. Ach, komm. Er macht den Tauber, oder was? Ne. Joa. Doppeltötung. Loll. Ups. Aber das Schavenner baut gut. Schön Magie Resi. Ja, die hat ja auch am Anfang gefragt, ob wir auch Banking da sind. Aber... Ja, okay. 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 Tschüss, Heimo. Oh, 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 oh. Vorsicht. Schade. Alter, das war die... Die Uldie. Ja, natürlich zerrubte ich mich mit eben Jump, Combo, Ding, Gewurstel. Egal. So, bauen wir uns das Ding noch zusammen. Geht mir zwar die Tristaner weiterhin auf den Keks, aber... Dann kann man ja immer noch auf ein bisschen Magie Resi gehen. Ja, passt schon. Oh, läuft läuft, läuft läuft läuft. Nicht wahr? Nicht wahr? Müssen bloß gucken, dass die uns nicht zerrubpennen. Ja, wenn die uns zerrubpennen, sind wir ziemlich kaputten. Oh, shit. Oh, shit. Das ist so super nervig, ne? Oh, shit. Oh, ja. Wieso? Also, ihr kommt jetzt los... Ah, Mist. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen auf meine Resi gehen. Ein klein wenig. Oh, war ja. Oh, war ja. Ja, ja. Da kam der Schuss leider zu spät, ansonsten hätte ich ihn noch geholt. Ja, du machst das schon mit dem Tower, ne? So, jetzt baue ich mir auch ein bisschen Magie Resi hier. Ist ja nicht wahr. Da ist Magie Resi, da. Da kann man Magie Resi draus bauen. Schafft er noch einen Tower? Dann habe ich sogar genug Holz. Ja, das schafft er wahrscheinlich nicht. Sehr schön, Ali. Ja, Charvenna ist alleine. Kommt zurück. Mach sie. Keine Ahnung. Zieht euch zurück, ich warte kurz Gold ab. Chuck. Chuck, 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 Chuck. Damit ich hier ein bisschen... Äh, was wollte ich jetzt? Genau. Attacke. Wenn ich ein bisschen Magie Resi holen. Ah, ich wüsste, jetzt habe ich meine Rakete gerade abgeschossen. Egal. Hat gut getroffen. Oh, Mist. Tristana, ey. Ey, so übel. Boah, übel. Ich bin noch so lange tot. Hä? Ich will doch was machen. Ich will doch helfen. Nein! Mwah. Oh la die Waldvieh. Ja, war knapp, weil ich hatte ja auch noch einen hier reingedrückt. Ja, das würde ich nehmen wollen. Nein, ich hatte nichts mehr ready. Du hast Potenzial zum entwischen. Schavenna leider nicht mehr. Ach komm, noch nicht mal mehr 100 Gold. Richtig noch zusammen. 50 Gold in 11 Sekunden. Bei der Rate, wie das hier läuft. Nein, nein, nein. Wolle ich mir das auf jeden Fall noch zu Ende. Komm schon, komm schon. 2 Sekunden. Perfekt. Die sind alle so full live. Ja. Du kannst nicht pushen. Du kannst nicht pushen. Oh nein, was ist das für den Puschen? Ja, das habe ich noch nicht hier gekriegt. Oh ja. Blöde Tristana. Oh Mama. Die Wand. Nur böse. kein WM. Nein. Egal. 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 Boah. Ja. Ich hab's gesehen. Was hab ich denn da für einen coolen Rave-Stick in der Hand? Tschüss, Ezreal. Flesh, now, bitch. Hier ist irgendwo noch die Tristane. Vorsicht. Ich kann wieder Ulti machen. Bist auf mir, ey. Oh. Ma, die Tristane. Na, wie so nervig auf AP. Der Flasht sich versucht. Oh ne. Ich hätte... Na, na wäre weggesprungen. Ja, gut. Es wäre... Es wäre irgendwie eine schnelle Reaktion. Der Ezreal ist mir schon vorher aufgefallen, ja. Hat sich so gefallen. Mit seinen Schwierigkeiten. Ich hab ja ganz ruhig. Weil dafür, dass wir nichts tun, sind wir erstaunlich weit gekommen, würde ich sagen. Ja. Ja. Entschuldigung. Ich bin echt frei. Ah, scheiß Tower. Boah. Ah, es werden jetzt noch geplatzt. Danke. Mino. Hm, hm, hm. Nimm ich die oder... Ich nehm lieber die. Was? Ich? Äh, wie? Meint ihr mich? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie weiß. Ah ne, die schreibt das an alle. Ich weiß nicht, was sie weiß. Ich weiß nicht, was sie weiß. Die Chevenna wird reportet. Ja, die ist irgendwie ein bisschen doof, ne? Ja. Also die ganze Zeit... Also die tankt zwar ganz gut, aber... Also bestimmt... Ich sag's dir wie es ist. Es ist Sonntagabend. Es ist jetzt... Halb neun. Weißt du? Das ist Bettchenzeit. Ja, bevor Mutti den WC-Stecker rauszieht. Ja. Ah, da hat's aber Glück gehabt. Aus der Luft gefischt. Nein, hier wird doch wieder da. So. Ich werde nie entschuldigen zu müssen. So ist es. Ja. Ne, war aber doch ganz gut. Auch wenn die Chevenna jetzt wahrscheinlich ins Bettchen musste. Oder was. Ähm. Ist halt so. Auch im Aram. Man weiß nie, mit wem man spielt. Gerade wenn's Vendoms sind. Aber... Mit Jani bin ich mir sicher. Da weiß ich mit wem ich spiele. Und... Alles in allem eigentlich ein gutes Spiel gewesen. Also ich finde, die haben sich gut gewehrt, die Gegner. Es waren hin und her. Sie waren nervig. Wir waren nervig. Und in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heiß. Amen. Haut's rein. Ciao, ciao. roh, i haste